Ja, da bin ich wieder, hallo zusammen, bei Let's Play von Tenchu, Stealth Assassins. Und ja, genau, wir waren ja jetzt beim letzten Mal, haben wir jetzt, sind wir beim zweiten Level angekommen. Überbringer der geheimen Nachricht, genau, wir sollen Pläne von, hier brauche ich nicht, von First Godas Gegner, ja, überbringen. Das sind quasi Angriffspläne, genau, das würde ich sagen, das können wir auch mal ein bisschen lesen hier, achte auf die Gegner, auf den Dächern, okay, naja, gut, den Reißbauer. Ja, richtig, da ist direkt ein Typ, oder? Ah ne, das ist eine Vogelscheuche, okay, also, ja, Gegner auf Dächern, sehr interessant, äh, ja, so, dann haben wir hier irgendwo schon den ersten Typen. Wo ist der? Da, da ist er doch. Ach, das ist eine, eine Frau. So, halt dich fest. Ne, hält sie sich nicht, egal. Was macht die denn da? Was macht die da für komische Hampeleien? Nein, 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 oh, Gott sei Dank. Boah, das war wieder knapp. Oh, shit. Die hat es wieder rumgedeckt, aber ich glaube, das zählt nicht. So. Da, Wolverine, hi. Der klettert hier hoch. Der klettert hier hoch, ernsthaft? Ernsthaft? Der klettert auf Dächer. Ja, gut, ist Ninja halt, ne? Das ist, ja. Die Schurik-Taktik bringt, die funktioniert hier nicht, das ist auch schade. Aber, ja, keine Ahnung. So, dann warte ich jetzt mal, bis ich... Ich finde dich. Ne, du findest, du findest mich nicht. So. Wenn du da rumstehst, findest du mich erst recht nicht. Ah, wie blöd war das denn? Ah, wie... Okay. Okay, das war... Das war interessant. Er hat gehangen, ich habe ihn getroffen, er ist direkt gestorben. Was? Wo? Wo denn? Ich bin gerade ein bisschen angespannt. Ja. Weil ich den Typen nicht gesehen habe und die Musik tut ihr übrigens. Ja, der auch. Ah, der ist hinter mir, okay. Hä? Ach! Ah! Okay. Spring runter, danke. So, dann. Und... Nein! Scheiße, da hat es nicht gereicht. Scheiße, das hat nicht gereicht. Egal, komm. Nein, 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 nein. Lauf doch weg! Und geh da hoch! Schneller! Ach so. Oh, shit. Komm doch nicht hier hoch, Mann! Geh schneller! So. So. Alles klar. Sehr gut. Dann hier. So. Die wissen auch immer, wo ich hinrenne. Hm? Die wissen immer, wo ich hinrenne. Oh, der sieht ja... Der sieht aus... Das ist ein Ninja. Definitiv. Sieht aus wie Rikimaru. Im Gesicht zumindest. Hat auch Wolverine wieder hier. Ja, geil. So. Nee, du findest mich nicht. Dreh dich nicht rum! Ey. Das gibt's ja wohl nicht. Ey, jetzt regt er mich aber echt langsam auf hier. Jetzt kill ich den so. Jetzt kill ich den so. Ist mir jetzt scheißegal, komm. Jetzt kill ich den halt so. Der... Der... Der hat mich... Der geht mir richtig auf den Sack gerade. Na gut, aber es ist halt ein Ninja, ne? Ah, shit. Ja, wie gesagt, das Kämpfen mit Rian, ey. Das ist ganz komplett anders als mit Rikimaru. Aber... Auch interessant auf jeden Fall. Muss man sich mehr konzentrieren hier. So. So. Oh! Ist noch so einer! Nee, ich hab keinen Bock mehr auf die. Die sind nervig. Alter! Ist klar! Der kann auch meinen Jump. Ernsthaft. Jetzt geh doch weg! Boah, sind die hartnäckig hier, ey. Wirklich. Hä? Hä? Wer sieht mich denn noch? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Wer sieht mich denn da noch? Oh mein Gott. Der klettert wieder irgendwo rum. Rechts. Okay. Ich hab keine Ahnung, wo der sein soll, ey. Shit, Mann. Wo ist denn der? Wo ist denn der? Irgendwo rechts? Da! Da! Okay. Alles klar, ich hab ihn gesehen. So. So. Dann haben wir den nächsten. So, hier ist irgendwo noch einer. Hier vorne drin. Okay. Aber aufpassen. Nicht zu weit nach vorne laufen. Da auf dem Dach. Ich hab's gesehen. Auf dem Dach da oben. Noch ein Ninja. Ja. Okay. So, dann geh schnell hoch. Und kill ihn. Danke. So. Aber warum sind die jetzt wieder in Alarmbereitschaft? Keine Ahnung. Die haben irgendwie... Keine Ahnung. Die stehen anscheinend drauf. So. Was haben wir jetzt hier noch? So. Okay. Ah, hier ist irgendwo eine Frau. Magst du dich nicht zu ihr, Gesellen? Da. Was zur Hölle? Was versuchst du da? Und warum hast du mich schon wieder entdeckt? Shit. Da ist sie. So. Ah, die sieht auch ähnlich aus wie Anjame. Ja, halt asiatisch. Mit asiatischem Haar. Gefällt mir persönlich sehr gut. Ich stehe auf Asiaten. Und deswegen habe ich ja auch eine asiatische Frau. Genau. Ah, da ist die. Die sieht mich bestimmt wieder hier oben, wa? Ich muss echt beobachten hier. So, jetzt schnell, 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 so. Zack. Oh, Kopf ab. Yo. Alles klar. Durchschlagendes Argument. So. Äh. Soundruckler. Da ist die nächste. So. Ist noch einer? Nein, 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 nein. Geh bloß weg. Shit, ey. Ach. So. Wetten, wenn ich jetzt da rübergehe gleich, dann sieht die Frau mich. Ja. Oder? Ne. Oder der dreht sich halt wieder rum. Kurz bevor ich da bin. Ey, nee. Nein. Oh. Geh da hoch. So, hier kommt der jetzt nicht hoch. Das kann nicht sein. Ey, wie kommt der hier hoch? Oh. Mensch. Jetzt hat er mich schon wieder. Ey, das kann doch nicht sein. Wie kommt der... Ey. Du Füchser. Du Penner, ey. Du kriegst mir jetzt richtig auf den Sack. Mann. Ey. Oh. Alter, die sind gut. Diese Gegner hier sind echt gut. Und dahin ist die Frau. Ja, shit. Ich wusste es. Oh Gott. Uff. Oh. Shit. Dahin rennt der Typ rum. Alter. Die können doch echt immer erahnen, wo... Wo ich bin, ne? So. So. Da ist noch die Frau. Hä? Hä? Ah. Okay. Krass. So. Weg mit dir. So. Ah, das könnte wieder eine scheiß Statistik werden. Aber ah. Da. Da. Da, 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 da. Ich sehe dich, mein Freund. Das ist auch ein Ninja. Ja, die sehen ähnlich aus wie die aus dem zweiten Teil. Stimmt. Die sehen ähnlich aus wie die Neo-Getsu-Ninjas. Ah, ja. Ah, nein, 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 ah, fuck. Scheiße. Scheiße. Ich muss doch irgendwie da hinkommen, Mensch. Ohne, dass du mich siehst. Naja. Dreh dich rum. Beruhig dich. Was auch immer. Chill dich. Alles ganz chillig hier. Ich kill doch nur deine Leute. Ich kill doch nur deine Kollegen. Ist doch alles gut. Ohne. Zack. Jawohl. Ah, und. Rechts irgendwo. Ich bin mal mutig. Ich geh mal hier runter. So. Und. Und. Wo ist der schon wieder? Ach, da. Ah, das ist ein Buddy, glaube ich, oder? Das ist ein Buddy, oder? Kann der mich sehen? Der darf mich aber sehen, oder? Ne, darf der nicht. Okay. Alles klar. Dann nicht. Aber den kill ich trotzdem nicht. Das ist ja der Buddy hier, genau. So. Hier ist dann irgendwo noch einer. So. Geht er hoch? Ah, sie geht nicht hoch. Ey. Ah ne, dann ist, dann ist egal. Was? Wo denn? Da. Okay. Da ist noch einer. Da ist er. So. Schauen wir mal. Jawohl. Den kriegen wir. So. Sehr schön. Ne, kill von oben gibt's auch nicht. Hier ist irgendwo noch, noch jemand. Ah. 82. 80. Oh, scheiße. Oh, Mann. Nein, nein, nein. Geh weg, geh weg, geh weg. Scheiße. Scheiße. Scheiße! Oh Gott. Ja, jetzt hat der Unschuldige mich auch gesehen. Ja, super. Das ist ja echt toll wieder jetzt. Kann ich wieder den Dings hier nehmen? Den Halterang. Ah, Mensch. Das ist schwer, obwohl man das schon das zweite Mal spielt. Wer hat da gesagt, I'll find you. Da sind zwei, oh mein Gott. Oh, der Unschuldige. Die unschuldige Gegnerpatrouille. Geile Unschuldigen, echt. Was für Unschuldige sind das denn hier? Wie viel haben die euch bezahlt? Damit ihr so eine scheiß Route hier geht. Okay. So, dann geht's mal weiter direkt. Ja, von oben ist am besten. Ah. Da. So, da sind die beiden. Das reicht, glaube ich, nicht. Nee, das reicht nicht. Fuck. Scheiße, oh. Hat die mich im Sprung abgefangen. Nee, da nicht hin, weil da sind noch mehr Gegner wahrscheinlich. Ja, killt euch gegenseitig. Aber wie soll ich denn das machen? Jetzt mal ehrlich, wie soll ich das machen? So. Weak. Nee, du bist weak. Weak heißt schwach. Weak. Die rennen dann wie verrückt rum, okay. Wer denn schon wieder? Mensch. Hat mich irgendjemand wieder fast entdeckt hier. Da unten ist die Frau. Das ist aber auch extrem. Mit den zwei Gegnern hier. Wo ist der Typ? Unter mir, okay. Wo ist der Typ? Da ist dieser Unschuldige. Der schreit nur, wenn der uns sieht. Aber wenn der irgendwelche Gegner hier rumlaufen sieht. Das ist alles okay für den, ja. Die verschwindet einfach, okay. So, ich gehe jetzt zu der Frau mal zuerst. Wenn die da... Ah, natürlich! Ey, wie soll ich das machen hier? Wie soll ich das hier machen? Ey. Oh, Mann. So, geh da hin. Boah. Mensch. Wie soll ich das machen hier? Da ist der Typ wieder. Boah, ich habe Angst. Das zweite Level ist auch so ein mieses Level, ne? Ja, da ist der wieder. Wolverine-Tänzer. Wir sind hier nicht bei Let's Dance. Wir sind hier bei Teng Shoe, Junge. Nein, warum stirbt der nicht? Warum stirbt der nicht? Ey, ich hänge jetzt schon so lange an dieser Situation fest, ne? Das kann doch nicht sein. Ich bin wahrscheinlich echt zu schlecht oder so. Ich weiß nicht. Geh schneller zurück. Geh doch schneller zurück! Mern, ey. Nur weil die so lange braucht. So. Ah, irgendwie muss ich die doch jetzt mal kriegen. Die entdecken mich immer. Ach, da ist schon wieder Wolverine-Tänzer. Shit. Da, die Frau ist rechts. Ich habe es gehört. Aber ich darf nicht zu schnell sein, ne? Nicht zu ungeduldig vor allem. So, jetzt. Und kill ihn! So, der ist schon mal weg. Sehr schön. Dann ist hier direkt die nächste. Geht er hoch. Da ist die nächste. Und natürlich! Wie? Wie? Ich war doch noch nicht mal vor der. Bring den Unschuldigen oder was? Das gibt es doch nicht. Dieser scheiß Unschuldige. Ich kill den gleich. Wenn das so weitergeht. Ich kill den gleich. Ne, das ist auch wieder scheiß Statistik. Im zweiten Level. Keine Ahnung. Es ist immer dasselbe! Es ist immer dasselbe! Ne, dann kill ich die so. Ich habe zwar keine Health Potions mehr. Aber es ist egal. Ich glaube... Ah! 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 Geh sterben, ey. Ich habe noch 26 Leben. Scheiße! So. Ja, wie soll ich das jetzt machen? Da ist ein... Was? Ein Unschuldiger? Oder was? Ja. Boah, ich bin erst bei der Hälfte des Levels. Das ist doch krass. Das ist doch krass. Das ist doch... So. Äh! So, dann halte ich da fest. Jawohl. Aber irgendwo hier war doch auch ein Heiltrank, oder nicht? Ich brauche doch einen Heiltrank. Nächste Unschuldige. Okay. So. Dann. Äh. So. Gut. Ich glaube, dann können wir langsam uns weiter wagen. Nein, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Aber ist egal. So, dann haben wir ja hier noch... Ne, warum geht das jetzt hier nicht? Hä? Hallo? Warum kann ich mich nicht hinknien? Was ist mit meiner... Ah, hier. Achso. Okay. Ich dachte schon, was ist mit der Taste los? Ich wollte mich eigentlich hinknien, aber... Da ist er. So. Gibt es da links noch irgendwo was? Ne. Alles klar, wenn er dann sich rumdreht, dann ist Ende. Aber der muss sich komplett rumdrehen. Ich verstehe. Das reicht nicht, wenn der so steht. So, jetzt. Und... Nein, spring doch nicht. Ich wollte doch... Oh, Viereck. Oh mein Gott. Ich sterbe gleich. Wie gesagt, ich spiele ja ohne Safe States jetzt. Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Acht Hitpoints. Fuck. Ja, der versucht die ganze Zeit hochzuspringen, aber... Stößt sich immer den Kopf. Ich wollte springen, hab aber Viereck gedrückt. Ich Idiot. Das hatte ich schon mal bei Tenkshow 2 auch. Dass ich mich einfach verdrückt hab. So, wo ist der denn jetzt? Wo ist der denn jetzt? Da. 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 Kann ich den hier irgendwie? Da ist er. So. Da. Aber wie soll ich den kriegen? Ich darf jetzt nicht mehr entdeckt werden, weil sonst sterbe ich. Sonst bin ich tot. Jetzt, komm. Schneller. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Acht Hit. Acht Leben. Scheiße. Aber hier gab's, glaub ich, keinen Endgegner. Bei dem Level gab's keinen Endgegner. Scheiße. Scheiße, was? Wo? Was? Wo? Oh mein Gott. Boah, ich hab grad richtig Schiss, ne? Ich hab grad richtig, richtig Schiss. Ehrlich. Weil ich halt fast tot bin und so. Und hier noch Gegner rumlaufen, die aufs Dach klettern. Und hier irgendwie rumspringen ohne Ende. Und irgendwie komische Routen gehen. So. Okay, dann muss ich jetzt einfach... Ja. Was machst du denn? Hör auf, hier rumzuspringen. Mensch. So, dann haben wir hier... Ja, Soundbugs, ich weiß. Das ist... Egal. Wir haben's geschafft gleich. Ich hoffe echt, dass es hier keinen Endgegner gibt. Aber ich glaub nicht. Oder? Oder doch? Oh mein Gott, wenn's hier einen Endgegner gibt, ne? Dann muss ich den nur mit Items machen. Nein! Wenn ich... Wenn ich acht Hitpoints hab, ja? Wetten, der dreht sich rum. Ja, natürlich dreht er sich rum. Boah. Aber geschafft. Gott sei Dank, kein Endboss. Ja, kein Endboss. Ja, wieder Ninja. Scheiße. Fuck. 28 Mal entdeckt. Hahaha. Das ist aber auch ein schweres Level, jetzt mal ehrlich. Ja. Äh, neun Stealth-Kills. Sechs normale Kills. Äh, ja. Es gab 17 Gegner. Ich hab's alle gekillt, außer zwei. Aber halt, ja. Nicht gut genug. Es tut mir leid. Dann, ja. Dann speichere das bitte. Und, genau. Dann geht's mal weiter mit der nächsten Cutscene. Ah, ja, genau. Ein von Lord Goda's Ninja wurde gettet, während er in einem hostile Territory aufgetreten ist. Ein verletzter Ninja ist in einer Torture-Chamber, tief unter einer gefährlichen Forst. Mit Orders, um sofort den Kapteid zu freien, hat Lord Goda dich aus dem Ninja-Code, der fürbindet Rescues. Du musst den Kapteid zu freien und schnell. Ja, genau. Wir müssen den Ninja, ähm, befreien. Genau. Ja, in der, 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 im Folterkeller quasi, festgehalten wird. Und dafür wurden wir vom Ninja-Code befreit, der besagt, dass wir keinen, niemanden, äh, niemanden rappen dürfen. Genau. Aber, ja, Freunde, das würde ich sagen, sehen wir jetzt das nächste Mal. Ich glaube, diese Folge, also die Folge, die ich jetzt gerade aufgenommen habe, werde ich am Samstag hochladen. Und, jo, genau. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und jedem, der, dem es gefallen hat, der möge doch ein Like oder Kommi da lassen. Oder auch gerne abonnieren, würde mich sehr freuen. Und, jo, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag, ne? Ciao, ciao.